Die Radio Corporation of America brachte 1974 den RCA 1802 als ersten CMOS-Mikroprozessor auf den Markt. Er kann mit einer Betriebsspannung von bis zu 10 V und einer Taktfrequenz von maximal 6,4 MHz betrieben werden, bei niedrigeren Spannungen entsprechend weniger. Der interne Aufbau und die Befehle sind sehr einfach gehalten. Anwendungen Schon von Anfang an wurde der 1802 auch als Silikon-on-Saphire-Variante gefertigt. Diese Bauart verlieh dem Mikroprozessor einen gewissen Grad an Resistenz gegenüber ionisierender Strahlung und elektrostatischer Entladung. Gleichzeitig sinken die Leckströme, so dass mit wesentlich niedrigerem Stromverbrauch gearbeitet werden kann. Im Zusammenspiel mit seiner Fähigkeit bei extrem niedrigen Spannungen zu arbeiten, machte das den 1802 äußerst geeignet für die Raumfahrt. Außerdem waren zu dieser Zeit nur sehr wenige Prozessoren auf dem Markt, die gegenüber Strahlung ähnlich unempfindlich waren. Der 1802 war ein beliebter Mikroprozessor für viele Satelliten und wurde Z.B. bei der Galileo-Mission der NASA sowie den Oscar-Amateur-Funk-Satelliten der AMSAT eingesetzt. Auch in der Militärtechnik fand er starke Verbreitung, was auch seine bis heute andauernde Produktion erklärt. Eine Anzahl von Mikrocomputern basierten auf dem 1802 einschließlich des COSMAC-11, COSMAC-VIP-11-2, Super-11 und des jugoslawischen PCOM-32, wie auch der RCA-Studio-E-Spielkonsole. In der Schach-Computerwelt kam der 1802 in den frühen 1980er Jahren im Mephisto I. 2 und 3 der Münchner Elektronikhersteller Segener und M. Glaser zum Einsatz. Interner Aufbau Datenbusbreite 8-Bits, Adressbusbreite 16-Bits gemultiplexed, 7 Neo-Adressen. Neben dem Akkumulator verfügt der Prozessor über 16 16-Bit-Register, die auch 8-Bit-weise genutzt werden können. Dazu gibt es zwei Register mit 4-Bit, die festlegen, welche der 16-Bit-Register als Datenpointer und Programm-Counter arbeiten. Zum Akku gibt es nur ein Carry-Fleck, ein Zero-Fleck ist nicht erforderlich. Es gibt ein Ausgangssignal, das per Programm gesetzt werden kann. 4 EF-Leitungen können per Programm abgefragt werden. Der Adressbusch wird als 2x8-Bit gemultiplexed. Die Zykluszeit beträgt ein Achtel der Taktfrequenz. Fast alle Befehle benötigen zwei, nur wenige drei Zyklen. Befehlstruktur Der einfache Aufbau der Hardware setzt sich bei den Programmbefehlen fort. So braucht es Z, B, vier Befehle, um eines der 16 Register zu laden. LDI-M1 Load Immediate Erste Byte in den Akku PLO1 Put Load den Akkuinhalt in das niederwertige Byte des Registers R1 LDI-N2 Load Immediate Zweite Byte in den Akku V1 Put Heit den Akkuinhalt in das höherwertige Byte des Registers R1 Es gibt auch Sprungbefehle, die zwar nur zwei Zyklen und zwei Bytes brauchen, deren Ziel aber innerhalb derselben Seite liegen muss D, H Die höheren 8-Bits der Adresse dürfen sich nicht ändern. Einen direkten Unterprogramm-Aufruf gibt es nicht. Eine ähnliche Funktion kann durch das Wechseln des Programm-Counters erreicht werden.